Bei Mozart in der Wood wird eh nicht mehr weitergemacht. Also kann das Spiel einfach mal. Jetzt kann man in die Tonne getreten werden. Boah, mit der Map haben wir gestern aufgehört, ne? Wisst ihr noch? Mit Billy. Wie ich mit Billy einfach drei Stück bekommen hab. Obwohl es eine halbe Stunde gedauert hat, bis es den ersten hatte. Kein Problem für mich. So, zum mittleren Feld gehe ich jetzt nicht. Dann habe ich keinen Bock. Ganz entspannt. Schlafen. Kein. Gibt's zu leer aus. Keine Palette. Sonderphobia. Black oder Legion. Oder Raid. Das geht natürlich auch. Ja, träumst du auf. Und dann kannst du die Sachen ausnotieren. Da kann zwei Stunden, falls du deine Sachen warst. Ich geb dir den Tipp. Wurde dir am besten einen Kleiderschrank. Kleiderbügel. Und häng die Sachen alle auf. Glaube mir, ich hab einfach bei mir auch die ganzen Shirts, Pullover, alle. Wirklich. Die hängen alle. Ich hab keine Lust zusammen zu fighten. Es ist so angenehm. Wir müssen loslassen. Ich glaub da etwas müssen. Oh, doch. Der Jen muss fertig ticken. Wenn der Barbecue mit hat. Es, es muss es. Doch, es ist great, oder? Ich hab zwar noch keine Glöcke gehört, aber das heißt ja nichts. Es ist split. Und ein paar Scratches machen. Split ist es. Du guckst dir Fight-Videos an. Macht dir komischerweise Spaß. Ja, okay, dann have fun dabei. Warum nicht? Oder ich geb dir einen Tipp. Es gibt auch so ne komische Fight-Plastik-Gedöns. Ich glaub, das kannst du auch selbst machen. Hier mit, äh, Pappe oder was weiß ich. Äh, da legst du das Shirt drauf oder was auch immer. Und du fightest nur, nimmst du zuerst die linken Seite und dann die, äh, untere Seite und dann die obere Seite. Und dann ist es zusammenge fight. Es gibt da bestimmte, äh, Dinger für. Können die die. Okay. Okay. Du hast ne alte Hose von dir entdeckt. Da warst du neun. Alter. Entzock die Sachen. Entzock die Sachen. Heilige Scheiße. Echt. Ich hasse es. Ich hasse alles, was mir Kleidung getrifft. Also, waschen ist in Ordnung. Ne? Aufhängen geht ja noch. Aber hier, falten und bügeln. Also, ich hab besseres zu tun. Ich zum Beispiel büge meine Klamotten gar nicht. Weil im Prinzip, wenn du die Sachen trägst, es bügelt sich von allein. Du musst rein theoretisch gar nichts machen. Easy Runde würde ich sagen, ne? Ja, Juni, mach ein Schloss davor. Da kommt der Omi nie mehr ran. Oh, Schloss davor. Oh, die Tunnel, die Sau. Oh, die様! Ah. Ah! 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 Oh, 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 oh. Oh, Nancy. Äh, nicht Nancy. Näher, Alter. Ich brauche keine Heilung. Ich brauche nur einen Gem. Oh. Oh, mein Gott. Mach das Tor auf, Summer. Ich weiß nicht, was mit dem Killer los ist. Ich glaube, der hat gar keine Lust zu spielen. Wenn sie Nöte dabei hat. Oh. Ich hätte jetzt gedacht, die hat Nöte dabei, aber... Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020